Was weiß man denn über diese Kleingartenanlage und auch über die Laube? Ja, die Kleingartenanlage hier in Braunschweig, der Kennelblick, hat etwa knapp 80 Parzellen, alle voll belegt. Das ist eine Kleingartenkolonie, wie man sie kennt, ganz typisch. Und wir sehen direkt hinter mir die ehemalige Parzelle von Christian B. mit dem blauen Dach und den blau gestrichenen Wänden. Dort hatte er die Parzelle gepachtet von 2013 bis 2016, hat dort möglicherweise ab und zu auch übernachtet, mit seinem Hund dort die Zeit verbracht und sich hier in dem Verein integriert. Und wonach könnte dort gesucht werden? Nun, in Seelze bei Hannover war es so, dass die Polizei mit Spürhunden im Einsatz war. Aber die Staatsanwaltschaft und das BKA haben nicht bekannt gegeben, wonach direkt besucht wurde. Ob es sich wirklich dann um Leichenteile handelt oder ob möglicherweise Kleidungsstücke von Medi oder weitere Datenträger mit belastbarem Material gesucht wurden, ist genauso wenig bekannt wie die Tatsache, was gefunden wurde. Vielen Dank. Vielen Dank.